Wenn ihr euch die Araber vor dem Islam ankommt. Das waren ein paar Stämme in der Wüste, die sich alle paar Jahre die Köpfe eingeschlagen haben. Und dann kommt dieser Mann mit einer Botschaft und 100 Jahre später beherrschen die ein Gebiet von Marokko bis Indonesien. Das einfach, weil ein verrückter Visionen gehabt hat, das passt nicht. Oh, 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 was ist mit der Ehe mit Aisha? Oh, oh, oh. Die Leute nehmen einzelne Fetzen aus dem Leben von hier und von da und bauen eine riesen Geschichte darum. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam war damals nicht bekannt als jemand, der so sehr gegen die Sitten in der Gesellschaft verstoßen hat. Es gibt Dinge, die können wir hier nicht mitmachen. Wenn die Leute das komisch finden, okay. Aber es gibt andere Dinge, die ich manchmal beobachte unter Muslimen, wo ich sage, stopp mal. Wir müssen es nicht noch leichter für die Leute machen, uns als verrückt zu bezeichnen. Jetzt könnte doch der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hingehen und sagen, hey, hört mal zu. Ich habe Kontakt zu demjenigen hier, der hat direkten Kontakt zu Allah, aber das kostet euch was. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn ich heute vom Christen höre, der Mohammed war von einem Satan besessen. Der hat ihm diese Verse eingegeben. Ich sage, ernsthaft? Glaubt ihr wirklich, der Satan kommt zu ihm und sagt ihm, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Serie Lehren aus dem Koran. Inshallah beenden wir heute Suratul Takwir. Wir haben mit der Sura begonnen und uns den Beginn angeschaut. Die ersten 13 Verse, wo Allah beschreibt, wie dieses Universum verschwindet. Es wird nicht mehr benötigt, es kommt eine neue Ordnung. Es wird einen Tag anbrechen, wo mit dem Menschen abgerechnet wird. Ali Madnafzum Ahtarat, einen Tag, wo jeder weiß, was er mitgebracht hat, was er getan hat. Und dann folgte der Schwur bei diesen Phänomenen des Himmels, dass das hier, dieser Koran, diese Botschaft, nur die Worte sind von einem edlen Gesandten. Und Allah beschreibt Jibril. Er nennt ihn nicht beim Namen, aber er beschreibt die Eigenschaften von Jibril. Und was Allah gemacht hat, ist, er hat die Glaubwürdigkeit von dieser Botschaft beschrieben. Woher wissen wir, dass das überhaupt ein authentisches Wort von Allah ist? Und das hat er damit gemacht, dass er den Übermittlungsweg quasi von Allah zur Erde beschrieben hat. Über Jibril und seine Eigenschaften. Wo der Koran ursprünglich herkommt, das wird in der Surah davor erwähnt, in der Surah Abassah. Wo Allah über dieses Buch sagt, Das ist diese Worte, der Koran ist enthalten in edlen Seiten, die erhöht sind und geheinigt. Das ist der Ort über den sieben Himmeln. Und dann nimmt Jibril, dieser edle Gesandte, diese Worte und überbringt sie auf die Erde. Aber an wen? Wir haben die Quelle, wo kommt der Koran ursprünglich her? Wer bringt die Worte von Allah aus der Gegend um den Thron, könnte man sagen? Auf die Erde, das war Jibril. Jetzt bleibt noch die dritte Quelle für uns, der Weg, auf dem der Koran uns erreicht hat. Und das ist der Empfänger der Botschaft, der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Und die nächsten Verse, die wir jetzt erreicht haben, die gehen genau um diesen Empfänger der Botschaft. Wer ist derjenige, dem Jibril diese Worte überbracht hat? Und Allah beschreibt den Empfänger dieser Botschaft zuerst mit den Worten, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجِنُونَ Und euer Gefährte ist kein Besessener, kein Verrückter, könnte man sagen. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجِنُونَ صَاحِبُكُمْ بِمَجِنُونَ Das wird immer übersetzt als Gefährte, aber im Deutschen trifft es das nicht ganz. Gefährte ist alles Mögliche. Gefährte ist zum Beispiel auch jemand, der mit dir auf eine Reise geht, mit dem du dann drei Wochen zusammen verbracht hast. Das ist auch ein صَاحِبُكُمْ بِمَجِنُونَ Das ist jemand, der gestern hier bei euch im Maka aufgetaucht ist, sondern das ist jemand, von dem ihr genau wisst, wer er ist. Ihr kennt seine Eigenschaften. Er ist nicht einfach euer Gesandter, euer Mitbewohner, euer Freund, euer Nachbar, euer Anführer oder was auch immer. Er ist euer صَاحِبُكُمْ Ihr kennt ihn. Das ist ein صَاحِبُكُمْ In der Sura davor, in Abassar, in Sura d'Abbassar, wird auch am Tag der Aufmerksamkeit beschrieben, wie man seine Familie lässt. Und die Frau wird nicht als Säuja beschrieben, das ist die Gattin, sondern als صَاحِبَ. صَاحِبَ ist jemand, der dich dein ganzes Leben begleitet. Es hebt das nochmal heraus. Also صَاحِبَ ist jemand, der mit dir ist. Er war das Leben unter euch. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجِنُونَ Er ist nicht besessen oder verrückt. Dieses Wort مَجِنُونَ, es wird immer so übersetzt mit verrückt und besessen. Aber es heißt, es kommt eigentlich von جَنَّا. جَنَّا ist einfach etwas Bedecken. جَنَّا ist einfach nur etwas Bedecken. جَنَّا zum Beispiel ist einer der Ausdrücke für den Mutterleib. Und deswegen, weil das Baby da drin so bedeckt ist, vom Bauch sozusagen. Deswegen ist das جَنَّا. جَنَّا ist verrückt in dem Sinne, dass man nicht bei klarem Verstand ist. Irrational. Also man handelt so, als würde man, man geht quasi durch sein Leben, als würde man gar nicht sehen können. Wenn jemand nicht sehen kann, dann geht er überall hin und macht lauter verrückte Dinge, weil er gar nicht sieht, was vor sich ist. Und so ist auch dieses مَجِنُونَ. Jemand handelt so, als würde er gar nicht die Welt um sich herum wahrnehmen. Das ist مَجِنُونَ. Es kann auch, das ist die zweite Bedeutung, مَجِنُونَ kann auch bedeuten, von einem Djinn besessen. Das heißt, irgendeine fremde, böse Macht, die man nicht sehen kann, ist in ihn eingedrungen und kontrolliert ihn jetzt. Und er handelt deswegen nicht mehr wie ein normaler Mensch, sondern als würde er ferngesteuert von einer unsichtbaren Macht. Das ist مَجِنُونَ. وَمَا صَحِبَكُمْ مَجِنُونَ. Und es heißt eigentlich auch nicht, euer Gefährte ist kein Besessener. Also es ist im Arabischen viel stärker. Also es ist مَا صَحِبَكُمْ مَجِنُونَ ist eigentlich, es ist eine Erwiderung auf etwas, was jemand behauptet. Und du sagst dem, euer Gefährte, der, den ihr euer ganzes Leben dann kennt, der ist nicht im Mindesten, nicht im Ansatz besessen oder verrückt. Der hat überhaupt keine Anzeichen. Was ist das für eine Behauptung? Und Allah sagt das einfach so, er gibt keine Begründung, keine Erklärung, er erklärt, er sagt einfach nur diesen einen Satz. وَمَا صَحِبَكُمْ مَجِنُونَ. Man würde denken, ja okay, jetzt muss ja ein Argument folgen, aber nichts, kein Argument. Wir machen das heute. Wir präsentieren Argumente dafür, wenn wir mit den Leuten diskutieren. Wenn wir zeigen wollen, dass der Prophet, dass er kein Verrückter war, er hat nicht einfach so irgendwas gemacht, er hat nicht Visionen gehabt oder so etwas wie einige behaupten, dann bringen wir Zeichen dafür. Woran kann man das erkennen? Ich habe hier im Laufe dieser Serie schon öfter mal ein Buch zitiert von Michael Hart. Er hat eine Liste gemacht von den 100 einflussreichsten Personen, das war kein Muslim. Und an der Spitze stand der Prophet Mohammed. Und er sagte, das ist der einzige Mensch, der es geschafft hat, auf zwei Ebenen erfolgreich zu sein. Nämlich in dieser Welt und in spiritueller Ebene, könnte man sagen. Also er hat hier ein Reich etabliert, hat die Araber zusammengeführt und es gab nachher einen funktionierenden, richtigen Staat, sogar ein Weltreich ist daraus geworden. Das war die weltliche Ebene, das gab es vorher schon oft. Und er hat eine Religion etabliert. Also die Leute haben das tatsächlich angenommen. Auf spiritueller Ebene war er auch erfolgreich und das hat niemand geschafft. Das kann man sich schwer vorstellen, dass das einfach so irgendein Verrückter tut. Jemand ist zu Hause, hat Visionen, das passt nicht. Das wäre so ein Argument. Allein die Tatsache, dass er so, das reicht schon, dass er einen Staat gebildet hat. Ich meine, wenn ihr euch die Araber vor dem Islam anguckt. Das waren ein paar Stämme in der Wüste, die sich alle paar Jahre die Köpfe eingeschlagen haben. Mehr war das nicht. Und dann kommt dieser Mann mit einer Botschaft und 100 Jahre später beherrschen die ein Gebiet von Marokko bis Indonesien. Das einfach, weil er eine verrückte Visionen gehabt hat, das passt nicht. Also es kommt nicht zusammen. Dann war das Buch damals eine Herausforderung an die Poeten. Bringt doch etwas vergleichbar Schönes hervor. Wenn ihr heute mal so einen Verrückten hört, der so ganz verrücktes Zeug von sich gibt, das klingt immer komisch. Mein Sohn hat mir mal erzählt, der war auf Klassenfahrt in Berlin. Und in Berlin gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Und die saßen einmal in einem Restaurant. Und dann kam eine Frau rein und die war tatsächlich in einem richtigen Sinne verrückt. Nicht gefährlich oder so, aber einfach verrückt. Und sie setzt sich neben meinen Sohn und schaut ihn so an und flüstert dann so. Du hast einen schönen Hinterkopf. Mein Sohn war 17, 18 Jahre. Das war komisch für ihn. Ich weiß nicht, ob der Hinterkopf von ihm schön war, aber es hat keinen richtigen Sinn. Das ist etwas Verrücktes. Das ist medizinisch verrückt. Und ja, es tut mir leid, die Frau hat eine bestimmte Krankheit und ich wünsche ihr tatsächlich auch die Genesung und Gesundheit. Es geht mir auch nicht darum, um jetzt einfach solche Beispiele, damit man darüber mal schmunzelt, zu erwähnen. Sondern verrückt sein ist etwas anderes. Das ist nicht das, was der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, gebracht hat. Und er hat rational gehandelt in seinem Alltag, in seinem Umgang mit den Menschen, mit seinen Ehefrauen, mit seinen Gefährten, selbst im Krieg. Das war nicht einfach jemand, der irgendwas gemacht hat, sondern er hat rational gehandelt. Also es passt nicht. Aber das sind alles Dinge, die wir heute erwähnen müssen. Wenn wir zeigen wollen, einfach nur, Dieser Mann war nicht verrückt. Das ist aufwendig heutzutage. Allah macht das nicht gegenüber dem Quraysh. Er sagt ihnen einfach, ihr kennt ihn. Das ist euer Sahib. Der hat 40 Jahre mit euch gelebt und das reicht. Es gibt keine weitere Erklärung dafür, dass er nicht verrückt ist. Ihr braucht nicht noch mehr. Und das Interessante ist auch, dass, wo Allah Jibril beschreibt, mit Eigenschaften wie Karim und Amin. Er beschreibt ihn mit sehr, mit sehr positiven Eigenschaften. Er war mächtig und vertrauenswürdig und stark. Über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sagt er das gar nicht. Denn die Leute, dessen Sahib er war, wussten, dass er Amin ist. Allah musste ihnen das nicht erklären. Sie wussten, er ist vertrauenswürdig. Der hat keine Zweifel daran. Der braucht keine Erklärung. Allah hat nur das aufgegriffen, was sie damals behauptet haben und hat gesagt, das ist einfach Unsinn. Und ihr wisst es. Ich brauche euch das nicht erklären. Wenn jemand kommt, warum haben die das überhaupt gesagt? Wenn jemand kommt mit einer Nachricht, dann gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Entweder er sagt die Wahrheit. Das ist eigentlich das Normale. Davon sollte man ausgehen. Oder er lügt absichtlich. Dann ist er ein Betrüger. Der hat irgendeinen Plan. Oder er lügt unabsichtlich. Er glaubt das tatsächlich. Er bildet sich das ein. Aber das stimmt gar nicht. Dann lügt er aber ohne Absicht. Dann ist er ein Verrückter. Es gibt nur die drei Möglichkeiten. Er sagt die Wahrheit. Er ist ein Betrüger oder er ist ein Verrückter. Dass er ein Betrüger ist, hat keiner damals gesagt. Das passt nicht. Keiner hätte das ernst genommen. Verrückter, okay, der Arme, irgendein Djinn ist gekommen. Irgendeine Macht hat von ihm Besitz ergriffen. Das konnte man nur noch sagen, wenn man nicht akzeptieren will, dass es die Wahrheit ist. Und das ist alles, worum es ging. Sie wollten einfach nicht diese Wahrheit akzeptieren und mussten etwas dagegen sagen. Und Allah diskutiert nicht mit ihnen. Es reicht der Hinweis. Wenn Leute, wenn du von jemandem weißt, dass er etwas nur sagt, um diese Botschaft abzulehnen, brauchst du keine lange argumentative Diskussion mit ihm führen. Das wird nirgendwo hinführen. Du wirst kein Ziel damit erreichen oder so. Ist doch gar nicht notwendig. Ja, ihr sagt das, aber ihr wisst, das ist Quatsch. Ich brauche euch das gar nicht erklären. Saheb sagt auch, jemand, der den Propheten Sallallahu alaihi wa sallam kennt, so lange, wie die Quraysh ihn kannten, er wird in ihm weder einen Betrüger noch einen Verrückten noch jemanden Komisches sehen. Wenn er sein Leben kennt, reicht das. Ihr kennt heutzutage diese ganzen langweiligen Diskussionen. Oh, was ist mit der Ehe mit Aisha? Oh, ich kann es nicht mehr hören. Oder im Zuge eines Krieges, wo sie in Medina waren, Benu Quraida, der jüdische Stamm, da gab es auch eine Geschichte dazu. Und die Leute nehmen einzelne Fetzen aus dem Leben von hier und von da und bauen eine Riesengeschichte darum. Die Ehe mit Aisha, oh, er möchte kleine Mädchen, wie einige sagen. Subhanallah, abudu billah. Er würde das nicht sagen, wenn er das Leben von ihm kennen würde. Nicht diese eine Begebenheit. Wenn du das ganze Leben von ihm kennst, wie hat er angefangen als Prophet? Seine ganzen ersten Jahre verbracht mit Khadija alleine. Khadija, eine Frau, die älter war als er. Und sie hatte schon zweimal eine Ehe geführt vorher und hatte schon Kinder. Die hat er als erstes geheiratet. Und dann, wo er Staatsmann wurde und welche Ehen er geführt hat und was der Hintergrund hinter diesen Eheschließungen war. Wenn du das alles kennst, dann wird das albern. Aber du musst das Leben kennen. Wenn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hier wie eine Sahib wäre, so dass die Leute ihn kennen, würden sie vieles gar nicht sagen. Heißt nicht, sie würden alle den Islam annehmen, das will ich damit nicht sagen. Aber viele Dinge wären schon weg. Sie wären einfach nicht glaubwürdig. Genauso wenig glaubwürdig wie das, was damals die Quraysh gesagt haben. Es reicht, wenn man den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, kennt. Euer Gefährte ist nicht verrückt, er ist kein Besessener. Verrücktheit ist heute manchmal auf zwei Arten. Auf zwei Arten sagen die Leute manchmal, du bist verrückt. Verrückt ist heute schon, wenn du so eine Religion hast. Oder wenn du dich an bestimmte moralische Grundsätze hältst. Aber das ist nicht verrückt in dem Sinne. Das sagt man nur einfach so, das ist komisch. Das ist verrückt im Sinne, es ist anders als die Mehrheit. Es ist anders als die Mehrheit einfach. Dafür gibt es aber immer gute Argumente. Wenn jemand zu uns kommt und, hey, was hast du mit Religion und Glauben an einen Gott und so weiter, dann kann man das Ganze begründen. Das sind Dinge, die man darlegen kann. Warum glauben wir an einen Gott, an einen Sinn des Lebens? Warum sagen wir, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ist ein wahrhaftiger Prophet? Warum haben wir gewisse Moralvorstellungen? Das sind alles Dinge, die man begründen kann. Dazu müssen wir auch heute in der Lage sein. Wir werden hier manchmal in der Gesellschaft als verrückt angeschaut. Weil es komisch ist. Allen voran in der heutigen Zeit. Vor 150 Jahren wäre das noch nicht so gewesen, aber heute ist vieles komisch. Heute ist vieles, was wir sagen, komisch. Aber es ist nicht schön, wenn man nicht in der Lage ist, den Vorwurf der Gesellschaft gegenüber einem, dass man verrückt wäre, wenn man dazu nichts sagen kann. Deswegen sollte ein Muslim, der hier in diesem Land lebt, wo vieles, was für uns in der Religion selbstverständlich ist, als verrückt angesehen wird, er sollte in der Lage sein, das zu verteidigen. Allah verteidigt hier den Propheten. Es hat ein Wort gereicht. Das reicht. Damit ist das Ganze aus der Welt. So einfach ist das hier nicht. Wir sollten in der Lage sein, hier in der Gesellschaft unsere Religion und das, wovon wir überzeugt sind, was als verrückt angesehen wird, zu verteidigen. Auf eine nachvollziehbare Art. Unabhängig davon, ob alle das dann akzeptieren oder nicht. Aber wenn die Leute mit uns leben, wenn sie eine Zeit mit uns verbringen, nicht einfach nur diskutieren in einem Infostand, dann sollten sie alleine an unserem Leben schon erkennen, okay, das ist keine verrückte Sache. Wie beim Propheten Mohammed. Heutzutage haben wir mehr das Problem, dass das so leere Diskussionen draußen sind. Aber wenn jemand mit einem Träger von dieser Botschaft lebt, dann sollte er erkennen, dass auch die Dinge, die komisch sind, vielleicht doch ihren Sinn haben. Ich kann mich an einen Bruder erinnern, der erzählte, er hat ja angefangen zu studieren, ich glaube Maschinenbau, und er erzählte mir, wie im Studium die Mädchen ihn sehr mochten. Und wisst ihr, was ihn attraktiv gemacht hat? Dass er ein Mann war, der nicht einfach jedes Wochenende in die Disco macht, irgendein Mädchen klar und so weiter, sondern er hatte seine Prinzipien, er hat gesagt, nein, ich mach das nicht. Das ist komisch angesehen hier in der Gesellschaft, sehr komisch für die Leute. Trotzdem, als sie mit ihm gelebt haben und ihn kennengelernt haben und haben sich ein bisschen mal darauf eingelassen, haben sie gemerkt, okay, das macht Sinn. Das hat es tatsächlich attraktiv gemacht. Hätten sie vorher darüber gelesen, hätten sie vielleicht gedacht, was für eine schräge Religion ist das denn? Aber diese Dinge, die wir repräsentieren, von denen sind wir überzeugt, dass sie das Gute sind. Und dass auch die Menschen in der Lage sind, das zu erkennen. Auch andere Dinge, wenn du zum Beispiel fünfmal am Tag betest, wenn du einfach nur so darüber diskutierst oder wenn die Leute das lesen, ist das manchmal für sie komisch. Auf der anderen Seite habe ich schon mehr als einmal gehört, wie jemand das beeindruckend findet. Wenn ein Muslim, egal was gerade kommt, alles stehen und liegen lässt und einfach sein Gebet verrichtet. Das ist komisch hier für die Leute. Aber es macht auch Eindruck. Du nimmst eine Sache ernst. Das ist nicht einfach nur so Larifari. Das gilt für Gebete wie auch für unsere moralischen Vorstellungen. Es ist auch so ein Vorteil in der heutigen Zeit. Also mit unserer Art, die für einige hier verrückt ist, können wir manchmal sogar Punkte sammeln. Jetzt, wo die Moral sich in eine ganz komische Richtung entwickelt, sind wir Muslime quasi die Letzten, die die Fahne hochhalten. Ich habe letztens mal von einem, was war das für einer, es war in einer Facebook-Gruppe und da ging es auch um diese, was in den letzten Jahren immer wieder aufkommt. Heutzutage weißt du nicht mehr, ob ein Mensch, ein Mann oder eine Frau ist, das kann er ja selber entscheiden und diese ganzen komischen Dinge. Und da meinte jemand, das war ein Deutscher, er sagte, hoffentlich machen die Moslems das wirklich, dass sie irgendwann einmal den ganzen Westen übernehmen und damit Schluss machen. Das war kein Muslim. Aber er sagt, das ist nicht mehr auszuhalten. Euer Gefährte ist nicht verrückt, er ist kein Besessener. Unsere Religion besteht aus zwei Dingen. Es gibt einmal Pflichten bei uns, an denen kommt man nicht vorbei. Das sind einfach Dinge bei uns in der Religion. Fünfmal am Tag beten, Kopftuch tragen, das sind Sachen, an denen man nicht vorbeikommt. Es gibt auch Dinge, die sind nicht unbedingt ein Teil der Religion, es sind unsere freien Entscheidungen, wie wir unser Leben präsentieren, leben und diese Religion, sag ich mal, präsentieren, nicht unser Leben. Und in diesem Bereich sollten wir manchmal vorsichtig sein, wo wir Freiheit haben, dass wir diese Religion nicht auf eine Art präsentieren, die nach außen hin verrückt wirkt. Das kann auch passieren. Dinge, an denen wir nicht vorbeikommen, an denen kommen wir nicht vorbei. An einem Kopftuch kommen wir nicht vorbei. Wenn die Leute das komisch finden, finden sie es komisch, aber ich kann es nun mal nicht ändern. Selbst wenn sie Gebete oder Morale oder Religion komisch finden, ich kann auch nichts daran ändern. Das kann ja auch, wie gesagt, zum Vorteil sein. Aber es gibt andere Dinge, die wir in unserem Alltag vielleicht unter unserer Kontrolle haben, wo wir ein Augenmerk darauf haben sollten, wird das hier komisch angesehen oder nicht. Der Prophet war in seiner Gesellschaft nicht komisch angesehen, auch in der Zeit vor dem Islam, vor dem Propheten tun nicht. Er war nicht bekannt als jemand, der sich komisch verhalten hat, obwohl er keine Götzen angebetet hat. Alle haben das gemacht, er nicht. Er hat das abgelehnt. Das war schon, hm, aber im Allgemeinen nicht. Ich gebe euch mal ein Beispiel, damit ihr versteht, was er meint. Und das ist ein sehr guter Freund von mir. Der ist in meiner Heimatstadt, wo ich eigentlich herkomme, kurz nach mir konvertiert, einige Jahre später. Aber der hat einen anderen Weg genommen. Der ist konvertiert und ist kurz danach nach Pakistan gegangen, für sechs Monate. Dann kam er wieder zurück. Und ich muss dazu sagen, er kommt aus einer sehr, sehr christlichen Familie. Sehr christlich, also gläubig christlich, nicht einfach nur auf dem Papier christlich. Er kommt von Pakistan zurück, sechs Monate war er dort. Und dann hat er zu Hause gelebt. Der hat jeden Tag nur noch Jelabia getragen, Turban. Der wollte nicht mehr im Bett schlafen, sondern auf dem Boden, weil das seiner Meinung nach die Sunda war. Er wollte auch nur noch auf dem Boden essen und auch nur noch mit den Händen. Und ich weiß das deswegen, weil die Mutter mich irgendwann kontaktiert hat und weil sie völlig verzweifelt war. Das war für sie verrückt. Absolut verrückt. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, war damals nicht bekannt als jemand, der so sehr gegen die Sitten in der Gesellschaft verstoßen hat. Es gibt Dinge, die können wir hier nicht mitmachen. Wenn die Leute das komisch finden, okay. Aber es gibt andere Dinge, die ich manchmal beobachte unter Muslimen, wo ich sage, stopp mal. Wir müssen es nicht noch leichter für die Leute machen, uns als verrückt zu bezeichnen. Allah verteidigt den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gegen diesen Vorwurf. Weil das etwas ist, was deine Glaubwürdigkeit ruiniert. Wenn du als verrückt unter den Menschen angesehen wirst, welche Glaubwürdigkeit hast du dann noch? Und ich bin auch der Meinung, dass man diese Religion sehr gut und sehr aufrichtig praktizieren kann, ohne dass die Leute einen für irrational halten. Davon bin ich tatsächlich sehr überzeugt. Sahib bedeutet auch, es ist leichter für dich, die Herzen der Menschen zu erreichen, wenn du ihr Sahib bist. Wenn du jemand bist, den sie kennen. Nicht die man nur am Rande, nicht die man nur durch Worte kennt, sondern durch sein Leben und durch seinen Charakter. Das macht den Zugang immer leichter. Wir versuchen das auch manchmal in Gesprächen mit den Leuten hier, dass wir sie von dieser Religion überzeugen wollen. Aber wenn du jemand bist, der die Leute kennst und sie begleitet und sie kennen dich, das macht vieles einfacher. Das ist eine Sache, die viele Dinge einfacher macht. Das ist der nächste Vers. Das ist hier in der Übersetzung, die ich gefunden habe, etwas seltsam übersetzt. Er hat ihn am deutlichsten Gesichtskreis gesehen. Ufuk ist eigentlich Horizont. So wird es üblicherweise übersetzt. Ufuk ist eigentlich Ecke. Und das ist im Arabischen eine Ecke. Aber es bezeichnet halt diese Linie, die kann man besser sehen am Strand, wo der Himmel die Erde trifft. Oder wenn du eine weite Ebene hast. Das ist eine sehr klare Linie und das sieht so ein bisschen aus wie eine Ecke, kann man sagen. Das kann man schon von sehr weitem sehen und klar erkennen. Wala qadr raahu bil ufukil mubin. Mubin ist so deutlich wie die Sonne am Himmel. Es ist nicht ein Gefühl, eine grobe Täuschung, aber wovon redet Allah überhaupt? Wen oder was hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesehen? Das ist der Engel Jibril. Das bezieht sich auf den Engel Jibril. Jibril war deswegen nicht einfach so eine Vision in dem Sinne, ein Traum oder etwas ähnliches. Sondern Allah sagt, er hat ihn wirklich gesehen. Das war etwas von Angesicht zu Angesicht. Er hat Jibril gesehen. Auch der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte das in einem Hadith. Ich sah Jibril in seiner wahren Form. Er hatte 600 Flügel und jeder von ihnen bedeckte den Horizont. Wala qadr raahu bil ufukil mubin. Er hat ihn am deutlichen Horizont gesehen. Von seinen Flügeln fielen Juwelen, Perlen und Rubine, von denen nur Allah weiß. Aber was macht dieser Vers hier? Wala qadr raahu bil ufukil mubin. Warum erwähnt Allah das hier? Dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Jibril, wirklich gesehen hat. Das wird deutlicher, wenn man das liest mit dem nächsten Vers zusammen. Wala qadr raahu bil ufukil mubin. Er hat ihn am deutlichen Horizont gesehen. Und er ist oder er hält nicht aus Geiz das Verborgene zurück. Was heißt das zusammen? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat Jibril gesehen. Er hat ihn gesehen. Und er hält nicht aus Geiz das Verborgene zurück. Und er hält nicht das Verborgene zurück. Nicht im Mindesten, gar nicht, überhaupt nicht. Kein bisschen hält er davon zurück. Donin, was hier mit geizig übersetzt wird, das hat zwei Bedeutungen eigentlich. Das eine ist geizig, also im Sinne von zurückhalten. Du hast etwas und hältst es zurück, aber mehr im Sinne von Informationen. Nicht Geld oder weltliche Dinge sonst, sondern Informationen. Das ist Donin. Bachil, aber halt mit Informationen. Aber was heißt der Vers hier? Er ist nicht, was das Verborgene betrifft, er ist nicht geizig damit. Kennt ihr diese Rezepte? Nein, die kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber ihr habt davon schon mal gehört. Rezepte von Coca-Cola oder KFC. Die sind so wahnsinnig gut aufbewahrt und gehütet. Coca-Cola, das bestbewahrte Rezept auf der Welt. Ich glaube, gefolgt von KFC. KFC, da liest man immer nur, es gibt elf geheime Kräuter und die machen dann diese schöne Mischung. Und das sind so ganz, ganz gut gehütete Geheimnisse. Keiner kennt die, außer vielleicht zwei oder drei Leute auf der Welt. Aber das macht die auch wertvoll. Das ist das, was diese Rezepte wertvoll macht. Kaum einer kennt die. Wenn jeder wüsste, wie man Coca-Cola herstellt, dann wäre es leicht. Aber das wird gut gehütet. In einem Tresor irgendwo liegt dieses geheime Rezept und keiner weiß davon. Und dadurch macht man damit Millionen. Du wirst reich damit. Wenn du es verteilst unter die Leute, hast du nichts davon. Aber wenn du das gut für dich bewahrst und nur kontrolliert rausgibst und darauf achtest, dass jeder, der Coca-Cola herstellen will, zu dir kommen muss, weil er das Rezept nicht hat, dann kannst du damit Geld machen. Wie viele Leute heute hätten gerne Zugang zum Verborgenen? Nicht diese Welt hier allgemein, die man erforschen kann. Ich meine das Verborgene. Damals noch mehr als heute. Damals sowieso. Aber selbst heute, in der heutigen Zeit. Es gibt so Fernsehsender, die haben ab und zu mal so Wahrsager gesendet. Astro-TV oder wie das heißt. Ich weiß es nicht mehr. Da konntest du dann anrufen. Und dann hat irgendjemand so in eine Rauchsäule reingeschaut und hat dir was erzählt über deine Zukunft, über deine Ehe oder was auch immer. Irgendwelche Dinge. Aber die Leute machen richtig Geld damit. Ich kann mich an einen Fall vor einem Gericht hier erinnern. Da hat jemand eine Hexe verklagt. Und die Hexe hat ihm versprochen, für 1000 Euro bringe ich dir deine alte Frau wieder. Und der hat 1000 Euro bezahlt und das hat nicht funktioniert. Dann ist der Mann vor Gericht gegangen und hat gesagt, die Hexe hat mir für 1000 Euro meine Frau versprochen. Dann hat die Hexe vor Gericht gesagt, ja, aber das funktioniert nicht immer. Dann hat der Richter gesagt, das ist Unsinn, du musst ihm die 1000 Euro wiedergeben, das ist nur Quatsch. Damit macht man Geld, auch in der heutigen Zeit. Dieser Zugang zum Verborgenen. Damals war das noch viel mehr. Aber das indexst du überall auf der Welt. Leute, die dir versprechen, sie haben Zugang zu dem Verborgenen und du möchtest das unbedingt. Damit kannst du Geld machen. Ohne Ende. Ohne Ende. Wenn die Leute überzeugt sind, du hast einen Zugang zum Verborgenen, wenn sie das wirklich glauben, die bezahlen dir alles Mögliche. Der arme Kerl zahlt 1000 Euro für die Hexe. Einfach nur, weil er gedacht hat, ey, die kann das wirklich. Die kann so ein bisschen Magie und so weiter. Das ist eine reale Geschichte. Das ist hier passiert in Deutschland. Er glaubte das und zahlt ihr 1000 Euro, damit sie mit, keine Ahnung, was für Dinge. Und dann musst du, wenn du Geld machen willst, mit den Leuten geizig sein. Du gibst ihnen das nicht einfach so. Dann sagst du ihnen, okay, hör mal zu. Ich habe Kontakt da in das Verborgene. Ich kenne die Welt da, diese ganzen Geister und wie sie alle heißen. Das sind meine besten Freunde. Das sind nicht deine Freunde, das sind meine. Wenn du willst, dass meine Freunde dir helfen, dann musst du mir 1000 Euro geben. Du gibst es nicht so raus. Du bist Dornin damit. Das ist etwas, womit du Dornin bist. Ich kenne das Verborgene, aber ich gebe es dir nur gegen eine Gebühr. Es gibt Leute heute, die sind nicht ganz so schlimm, aber die, das ist irgendwie so in den Menschen drin, die machen dich gerne neugierig. Sie sagen dir etwas und dann wartest du darauf und auf die richtige Information, ach, ich sage es dir heute Abend oder heute Nacht oder irgendwann im Jahre 2034 oder wann auch immer. Grausam ist das. Sie zählen auf die Neugier, du willst das unbedingt wissen und dann lassen sie dich verhungern. Ich kenne eine Lehrerin, die war Meisterin da. Und Allah argumentiert hier, euer Sahib macht das nicht. Die beiden Verse zusammen, in denen sagt Allah, der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, hat Jibril gesehen. Nicht irgendwas eingebildet, das war ein Engel, den er gesehen hat. Ihr könnt ihn aber nicht sehen. Der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, war der Einzige, der ihn sehen kann. Keiner von euch kann ihn sehen. Das ist doch der Jackpot-Zugang zum Verborgenen. Er ist der Einzige, der diesen Engel gesehen hat und keiner von euch. Jetzt könnte doch der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, hingehen und sagen, hey, hört mal zu. Ich habe Kontakt zu demjenigen hier, der hat direkten Kontakt zu Allah, aber das kostet euch was. Das kostet euch was. Und Allah sagt, er wird das hier als Argument gesagt, der macht das nicht. Wenn er ein Betrüger wäre, wenn er für eigene Interessen arbeiten würde, dann würde er das machen. Der hat den Engel gesehen, aber er macht daraus keinen Profit. Er verteilt diese Botschaft einfach so. Hier, das ist, was der Engel Jibril mir gesagt hat und ich verkündige hier einfach nur eine Botschaft. Der handelt so nicht. Diese Sachen mit gerne das Verborgenen wissen wollen, im Übrigen gibt es das auch unter Muslimen. Das gibt es unter uns ganz genau so. Ich beobachte das manchmal im Sinne, wo zum Beispiel Istikhara-Gebet ist heute sowas geworden. Istikhara-Gebet, das Gebet um die richtige Eingebung ist. Du planst etwas, du hast einen Schluss gefasst. Jetzt betest du Istikhara, dieses Gebet, dass Allah das leicht für dich macht, wenn es gut ist und sonst wendet er dich davon ab. Aber heute machen wir daraus etwas anderes. Wir warten auf einen Traum von Allah, der dir was zeigt. Das ist nicht Istikhara. Das ist nicht Istikhara. Wisst ihr, wie oft ich die Frage schon bekommen habe, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, woran erkenne ich, dass XYZ mein Nassib ist? Ich kannte den Ausdruck früher gar nicht, aber Nassib wird meistens nur verwendet, also so kenne ich es zumindest, wenn es um Ehepartner geht. Woran erkenne ich, dass der die Person ist, die mir bestimmt ist? Ist egal, ob Bruder oder Schwester. Woran erkenne ich das? Ich habe keine Informationen über das Verborgene. Ich kann nicht sagen, was da oben in dieser wohlverwahrten Tafel drinsteht, wer für dich geschrieben steht. Das kann dir keiner sagen. Du gehst durch dein Leben als Mensch, der keinen Zugang zu Verborgenen hat und du urteilst nach dem, was du siehst. Und wenn du wissen willst von Allah, was das Gute ist, betest du Istikhara. Und dann macht Allah es für dich leicht oder nicht. Und dann weißt du am Ende, wenn Allah es leicht gemacht hat, es war was Gutes. Und wenn es scheitert, weißt du, es ist nichts Gutes gewesen. Mehr gibt es nicht. Es gibt keinen Schlüssel, um das irgendwie herauszufinden. Traumdeutungen sind auch eine der häufigsten Fragen. Was bedeutet es, wenn ich XYZ träume? So oft. Gibt es bei uns eine Religion? So nicht. Das ist auch ein Teil von unserer Religion. Aber ich beobachte, dass wir die Leute da suchen und mögen und sich unendlich gerne damit beschäftigen. Zeichen vom jüngsten Tag. Eines der liebsten Themen überhaupt. Jetzt ist in Saudi-Arabien die Wüste grün geworden. Ist das ein Zeichen vom jüngsten Tag? Ehrlich gesagt kann ich es dir nicht sagen. Es ist erwähnt im Hadith, ob das genau das ist. Allahu alam. Aber wir mögen das. Al-Raib, das Verborgene, die Zukunft, was passiert, ist einfach eine Sache, die die Menschen fasziniert. Egal ob Muslim oder nicht. Er ist kein bisschen geizig damit. Er schlägt keinen Profit daraus. Er ist derjenige, er hat den Zugang. Aber er handelt nicht so. Man muss auch aufpassen, dass man damit, wenn man so handelt, wenn die Leute den Eindruck bekommen, dass du eine Religion predigst, mit diesen Zielen, weltlichen Zielen, das ist das, was dich motiviert. Dass du reich und berühmt wirst und likest und etc. Das ruiniert jede Glaubwürdigkeit. Nicht, wenn es einfach so kommt. Wenn du berühmt und bekannt wirst, okay, das kann passieren. Der Prophet ist auch bekannt geworden. Darum geht es nicht. Aber wenn man dir unterstellen kann, dass das dein Ziel gewesen ist, das ruiniert deine Glaubwürdigkeit. Er war nicht geizig mit dem Verborgenen. Die zweite Bedeutung von Dhanin ist, wenn der Prophet hat nicht danach gesucht. Also er war nicht jemand, der zu Hause saß und jahrelang immer versucht hat, einen Zugang zum Verborgenen zu bekommen. Das ist zu ihm gekommen. Er hat nicht diesen Zugang zu der Welt von Dhanin und was es alles da draußen gibt gesucht. Das war gar nicht seine Art. Er saß in einer Höhle und das Ganze ist zu ihm gekommen. Der Engel kam zu ihm. Was auch bedeutet, passt auf mit den Leuten, die daraus einen Beruf machen. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Es kann ganz leicht sein. Ich will das nicht jedem unterstellen. Aber ein Argument, was hier für den Propheten, das er bespricht, ist, er war nicht jemand, der danach gesucht hat, der alle Reib quasi haben wollte, das Verborgene. Das ist zu ihm gekommen, ohne dass er das wollte. Das ist ein Merkmal von seiner Glaubwürdigkeit. Leute versuchen heute manchmal das vorzugeben, um daraus ein Geschäft zu machen. Das kann passieren, sage ich nur, und da muss man aufpassen. Bisher haben wir zwei Verse nur über den Propheten, der eine war über ihn als Person, dass er kein Verrückter ist. Er ist kein Verrückter. Das war über ihn als Charakter, als Person. Wie war er als Mensch? Diese beiden Verse zusammen, er hat den Engel Ghibli wirklich gesehen, aber er ist nicht geizig damit. Sie sind über sein Verhalten. Was macht sein Verhalten aus im Umgang mit dieser Botschaft? Und Allah sagt, er ist nicht geizig damit, er gibt euch. Die Botschaft kommt zu ihm und er verteilt. Er macht damit kein Geld. Und das sind nicht die Worte eines gesteinigten Satans. So heißt das hier. Schätan, das Wort, was hier verwenden wird, es ist ein bisschen umstritten, wo es herkommt. Schätan kommt von, es kann entweder von Schatana kommen. Schatana ist, wenn jemand weit entfernt ist von der Wahrheit. Sehr weit entfernt. Oder es kann von Schata kommen. Und Schata ist, wenn jemand, der von Flammen umschlungen wird, verschlungen wird quasi, der verbrennt vor Wut und Zorn, könnte man sagen. So ungefähr, das trifft die Bedeutung von Schata. Also du kochst innerlich und du kochst so sehr, dass du verbrennst an deinem eigenen Zorn. Der Zorn verbrennt dich. Deine Wut und deine Emotionen. Das ist Schätan. Und Rajim ist in einem wörtlichen Sinne tatsächlich gesteinigt, aber es steckt noch mehr dahinter eigentlich. Oder es hat eine übertragende Bedeutung. Rajim ist, wenn, es kommt von Rajim, dass es mit Steinen jemanden bewerfen. Aber das macht man, wenn man jemanden verscheuchen will. Das heißt, du willst jemanden vertreiben und deswegen wirst du mit Steinen nach ihm, damit er bloß abhaut. Das ist Rajim. Also jemand, den du so sehr hasst, dass du mit Steinen nach ihm wirfst, Hauptsache, dass er verschwindet. Das ist Wamehua. Also Wamehua Biqawli Shaitan Rajim. Ein Shaitan, jemand, der so weit weg ist von der Wahrheit, so von Zorn und Flammen und von Schlungen und den man nicht um sich haben will. Er ist so verhasst, dass mit ihm niemand etwas anfangen kann. Das sind nicht die Worte von jemandem. Du hast eine Botschaft. Sie kommt von Jibril auf den Propheten. Der ist nicht verrückt. Der ist nicht komisch, geschäftlich, Business in seinem Umgang damit. Und die Worte selber, wie stellst du dir Worte vor von so jemandem? Stell dir vor, ein Shaitan kommt zu dir. Jemand, der weit weg ist von der Wahrheit, der verschlungen wird von seinem Zorn und er würde dir eine Offenbarung geben. Wie würdet ihr die aussehen? Diese Worte, die der Propheten salallahu alaihi wa sallam bringt, kann man sich vorstellen, das wären die Worte von so jemandem? Undenkbar. Das passt nicht. Das kann nicht sein. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn ich heute von Christen höre, die sagen das ja durchaus. Mohammed war von einem Satan besessen. Der hat ihm diese Verse eingegeben. Ich sage, ernsthaft? Glaubt ihr wirklich, der Satan kommt zu ihm und sagt ihm, bitte geh hin und zerstöre alle Götzen? Der Satan feiert, wenn du Götzen anbetest. Das ist doch das Schönste, was ihm passieren kann. Meint ihr, der Satan kommt zu ihm, zerstöre alle Götzen und rufe die Menschen zum Weg von Abraham? Passt das dazu? Nein, es passt nicht. Der Inhalt der Botschaft an sich passt überhaupt nicht dazu. Und auch das haben die Leute damals behauptet, einfach so. وَمَا هُوَ بِقَوْدِ شَيْطَانَ رَجِيمِ Es passt doch gar nicht. Was ist das? Was sagt ihr da? فَأَيْنَ تَوْهَبُونَ Wo wollt ihr hin? Dieser eine Vers, das ist so wie das Herz von dieser Sura. فَأَيْنَ تَوْهَبُونَ Nach all dem, was bisher beschrieben wurde. Der Untergang des Universums. wo Allah schwört, das sind die Worte von Jibril, die auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kommen, bei dem ihr keine Ausrede habt, das abzulehnen. Wo wollt ihr jetzt hin? Wo wollt ihr hin? Wenn ihr die Sura mal bis hier, die Sura hat einen sehr schönen Flow. Also so ein, wie das eine zum anderen übergeht, sehr schön in dieser Sura. Am Anfang beschreibt Allah die Zerstörung des Universums. Das in der Zukunft, das ist verborgen, das können wir nicht sehen. Das ist die erste Verse, was da passiert. dann kommt der Schwur. Und der Schwur ist bei Phänomenen, die wir sehen können, hier in diesem Universum. Bei diesem flackernden Sternenlicht, bei der Nacht, bei dem Morgen. Das sind Dinge, die wir sehen können. Das Universum, aber noch können wir das sehen, in einer ganz anderen Gestalt, wie wenn es aussieht, wenn es verschwindet. Das ist die erste Hälfte quasi, das Universum. Es verschwindet, wird zerstört und dann schwört Allah bei einigen Phänomene, die wir sehen können. Und jetzt geht es um die Träger von dieser Botschaft. Damit geht es weiter. Allah schwört bei Phänomenen im Universum, dass dies die Worte von Jibril sind. Jibril können wir auch nicht sehen, wie die Phänomene am Tag der Auferstehung. Jibril ist verborgen, unsichtbar. Und es geht über zum Propheten, Salah, den wir wieder sehen können. Das ist der Flow quasi von dieser Sura bis zu diesem Punkt. Vereineter Herbun. Wo wollt ihr jetzt hin? Wenn das hier passiert, Ida Shamsukumirat, wenn die Sonne verschwindet, sie wird eingehüllt. Wo geht ihr dann hin? Jetzt hier auf der Welt, wenn irgendwo eine Gefahr ausbricht, dann kannst du fliehen. Aber wenn die Sonne, wo geht ihr hin? Und diese Botschaft, das war Inhalt von dem Schwur, sie geht auf wie die Morgensonne. Wenn der Morgen kommt, wo gehst du hin, um mit ihm zu entfliehen? Wo wollt ihr hin? Mit anderen Worten, was sollte euch retten? Was macht ihr euch für eine Hoffnung? Ich denke manchmal wirklich an die Menschen hier, wie sie sich das vorstellen. Sie gehen einfach so durch ihr Leben und wenn du sie darauf ansprichst, was passiert irgendwann am jüngsten Tag oder was ist im Jenseits oder wenn du vor Gott stehst oder was auch immer, dann hörst du zwei Antworten. Die einen sagen, ach, das gibt es nicht, das ist nur Hokus Pokus und die anderen sagen, es reicht mir, ein guter Mensch zu sein. Das muss doch irgendwie reichen. Und ich denke manchmal, das ist wirklich eure einzige Hoffnung? Wird schon schief gehen? Wo wollt ihr hin? Du musst doch quasi danach suchen, wenn du schon glaubst, dass es einen Gott gibt. Nur das reicht schon mal. Du musst doch durch diese Welt gehen und danach suchen, ob er dir irgendetwas mitgibt. Du kannst doch nicht einfach so hier rumlaufen, dein Leben leben. Wenn du nicht an Gott glaubst, das ist nochmal eine andere Diskussion, aber du glaubst an einen Gott, jetzt, du musst doch, das geht doch nicht. Vereignet hat der Herr Bohnen, wo wollt ihr hin? Jetzt kommt eine Nachricht zu dir. Womit würdest du denn rechnen? Du lebst hier als Mensch, du bist hier auf diese Welt gekommen. Du musst doch damit rechnen, dass eine Botschaft von dem Herrn der Welten zu dir kommt. Und nehmen wir nur alleine mal dieses Kriterium. Eine Botschaft, ein Buch, was für sich in Anspruch nimmt, es wäre vom Schöpfer von Himmel und Erde. Welches Buch erfüllt diese Voraussetzung? Wisst ihr, wenn ihr in eine Bibliothek gehen würdet und da wären alle Bücher, die jemals geschrieben wurden, bis zum heutigen Tag, dann findet ihr genau ein Buch, wo das behauptet wird. Das ist der Koran. Das ist eine Offenbarung, eine Herabsendung von demjenigen, der die Erde und die hohen Himmel erschaffen hat. Nur der Koran nimmt das für sich in Anspruch. Also wenn du durch die Welt gehst und du suchst ein Buch, was von demjenigen geschickt wurde, eine Nachricht, irgendetwas von dem Schöpfer von Himmel und Erde, dann gehst du einfach weiter. Der Koran kommt zu dir und du gehst einfach weiter. Wo setzt du dann deine Hoffnung rein? Alles, was das nicht von sich behauptet, was irgendeine Philosophie von irgendeinem Typen, wie soll dich das retten? Wie soll dich das retten? Deswegen ist die Einleitung von dieser Soda so schön. Diese Phänomene am jüngsten Tag, wenn das alles hier verschwindet. Weißt du, wenn wir hier unser Leben leben, dann kannst du immer viel diskutieren über fernöstliche Philosophien etc. Aber wenn das Universum untergeht, rette dich keine Philosophie, irgendeine abstrakte Idee, spätestens dann kommt der Moment, wo dir bewusst wird, das Einzige, was dich retten kann, ist der Schöpfer von all dem hier. Wo wollt ihr hin? Vereine Tathabun. Geht ihr wirklich weiter? Vereine Tathabun. Aber das ist nicht nur für die Koraysch damals oder für die Leute, die diese Botschaft ablehnen. Wo wollt ihr hin im Sinne von alles andere in deinem Leben ist doch Nebensache. Wisst ihr, ich muss manchmal schmunzeln, wenn die Leute sagen, ja du musst Gas geben in der Schule, du musst fleißig studieren und gute Noten im Abitur haben, denn dann beginnt der Ernst des Lebens. Ich will das gar nicht in Frage stellen, sollen wir auch alles tun. Aber der Ernst des Lebens, der Ernst des Lebens, wisst ihr, wann der Ernst des Lebens anfängt? Nicht, wenn ihr aus der Schule kommt oder wenn der Beruf anfängt oder das Studium, dann fängt der Ernst des Lebens nicht an. Der Ernst des Lebens fängt in einem Moment an. Ida Shamsu Kukmirat. Wenn die Sonne verhüllt wird, dann beginnt der Ernst des Lebens. Und der Rest sollte bis dahin Nebensache sein. Es sind Phänomene hier in diesem Leben, auf jeden Fall. Auch das Studieren, das weiß ich es sein. Aber ein Fokus sollte darauf legen, was wirklich der Ernst von diesem Leben ist. Allah schickt dir ein Buch von über den sieben Himmeln. Aber das ist auch für uns. Wo ich mir manchmal die Frage stelle, ob wir dem gerecht werden. Wisst ihr, wie die Leute ausflippen würden, wenn von irgendeinem Planeten Außerirdische kämen mit einer verrückten Technologie, wie man, keine Ahnung, mit Warp-Geschwindigkeit fliegt, so Raumschiff Enterprise, 8000-fache Lichtgeschwindigkeit einmal quer durch die Galaxis. Irgendwelche Außerirdischen kämen dann hier runter auf die Erde und würden einem diese Technologie präsentieren. Wow, was wäre das? Die Leute würden jahrelang nichts anderes erforschen. Aber das, was wir haben, ist noch viel schöner. Das ist nicht einfach eine verrückte Technologie von Außerirdischen. Es ist ein Buch, eine Nachricht von über den sieben Himmeln. Es ist die Frage, ob wir dem gerecht werden. Vereineter Verhebun, wo geht ihr hin? Womit beschäftigt ihr euch? Das ist die Botschaft, die zu euch kommt und ihr geht weiter. Weitergehen ist nicht nur von den Koresh, die nichts davon hören wollen. Weitergehen ist vielleicht auch links liegen lassen. Vereineter Verhebun, wo wollt ihr hin? Vereineter Verhebun ist auch, wo geht ihr hin, wenn ihr nach Rechtleitung sucht? Wir wachsen heute hier in diesem Land auf und man wird bombardiert von allen möglichen Wertvorständen. Was gerade hip und modern ist, ich habe schon einige Sachen eben erwähnt, auch Dinge, die man aus unserer Sicht sehr komisch sind. Aber manchmal habe ich die Befürchtung, dass wenn man hier aufwächst, man nimmt einiges davon mit. und man versucht nachher, damit man nicht so komisch aussieht, diese Dinge, die heute modern geworden sind, irgendwie noch im Islam zu finden. Das ist nicht der Weg. Ihr habt eine Nachricht von über den sieben Himmeln. Jibril kommt mit einer ganzen Armee zum Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Er bringt eine Nachricht von da. Du musst nicht versuchen, diese Botschaft von über den sieben Himmeln passend zu machen für die Menschen heute. Es ist umgekehrt. Das, was du von den Menschen hörst, läuft durch einen Filter, der diese Botschaft darstellt. Vereinete Verbuen, wollt ihr irgendwo anders hingehen und euch Rechtleitung suchen? Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Es ist nur eine Ermahnung oder eine Erinnerung für die Weltenbewohner. Vikr ist etwas, was du schon kennst. Du wirst nur daran erinnert. Das hast du alles schon mal gehört. Vikr ist etwas, was du schon kennst. Und diese Vikr ist nicht für irgendjemanden einfach allgemein eine Erinnerung, sondern Lila Alamin. Alamin sind die Weltenbewohner. Das ist tatsächlich mal schön übersetzt. Das ist besser als Welten. Es ist Weltenbewohner. Allgemein sind es Lebewesen mit Verstand. Tiere und Pflanzen gehören sicherlich nicht dazu. Engel würden theoretisch auch dazugehören. Sie haben auch in einem weiteren Sinne Verstand. Aber das ist nicht damit gemeint. Vikr oder Alamin in erster Linie sind es natürlich wir. Wir. Das ist eine Erinnerung für uns. Und uns unterscheidet etwas vom Rest hier in dem Universum. Von Planeten, Pflanzen und Tiere. Diese unterliegen aller gewissen Gesetzen, nach denen sie programmiert wurden. Sind einfach so. Der Planet Erde bewegt sich einmal im Jahr um die Sonne. Der kann nicht entscheiden, ob er mal ein Jahr Pause macht. Hey, ich habe das schon vier Milliarden Jahre gemacht, jetzt ist es gut gewesen. Das geht nicht. Pflanzen wachsen einfach so. Es gibt Naturgesetze dafür. Auch Tiere, die einen Verstand haben in einem gewissen Rahmen. Also sie können manchmal Probleme lösen. Es gibt Vögel, die werfen so Nüsse auf die Straße, warten, dass Autos drüber fahren, damit sie dann die Nüsse geknackt werden und dann essen sie halt so die Frucht da drin. In einem gewissen kleinen begrenzten Rahmen haben das auch Tiere. Aber das ist ja nicht damit gemeint. Alamin ist hier, der Mensch unterscheidet sich, weil er einen Verstand hat, der ihn zu einem Wesen macht, was nicht einfach so programmiert ist. Der Mensch hat das, was wir einen freien Willen nennen. Und der Verstand lenkt dich manchmal in die eine oder in die andere Richtung. Aber du kannst dich grundsätzlich frei entscheiden. Und Adhikr, diese Erinnerung, die soll dich immer wieder auf den geraden Weg zurückführen. Sie argumentiert nicht in dem Sinne dafür, sondern den geraden Weg kennst du schon. Aber manchmal läufst du halt einfach so kopflos durch die Gegend. Und diese Adhikr, sie zerrt dich wieder zurück. Du hörst es nur einmal und ohne Erklärung weißt du schon Bescheid. Wisst ihr, wir hatten früher mal einen Kater. Der Kater hieß Bernie. Und der lebte bei uns in der Wohnung. Und manchmal hat er so seinen Unsinn gemacht. Und manchmal wusste er auch, dass das, was er gerade macht, Unsinn ist. Und wenn wir dann einfach gesagt haben, Bernie, dann wusste er schon, okay, ich weiß, ich weiß. Wir mussten ihm das nicht erklären, das wusste er schon. Es reicht einfach nur, den Namen zu erwähnen und er wusste Bescheid. Das geht auch mit Kindern. Kinder machen manchmal so irgendwas und Hauptsache keiner sieht mich jetzt gerade. Dann musst du nur den Namen erwähnen. Und er hört seinen Namen und er weiß genau, was du gerade meinst, wovon du redest und er soll damit aufhören. Das reicht. Du brauchst nicht argumentieren. Das ist Adhikr. Der Koran erinnert dich an etwas, was du weißt. Er erklärt dir das nicht so in jedem Detail, weil du das schon kennst. Wikr. Eine Erinnerung für die Welt im Bewohner. Das, was uns halt unterscheidet, ist, dass wir in alle möglichen Richtungen gehen können. Nicht wie der Rest von diesem Universum. So die Planeten und die Sterne und die Tiere und Pflanzen. Sie haben ja ihre eigene Programmierung, aber der Mensch hat das nicht. Der Mensch hat eben keine Programmierung. Was auch bedeutet, der Mensch kann hier in diesem Universum jede Menge Unrecht anrichten. Das ist halt, wenn er von diesem geraden Weg abrückt. Der Mensch kann viel Chaos anrichten. Dazu ist er halt in der Lage. Aber wenn wir das ganze Universum betrachten, dann kann man sich nicht vorstellen, dass derjenige, der dieses Universum erschaffen hat, das so lässt. Die Planeten und Sonne und Mond und Sterne ist alles schön programmiert. Die richten kein Chaos an. Das würde auch Chaos dabei herauskommen. Stellt euch vor, die Erde würde irgendwann sagen, ja, jetzt habe ich genug gemacht, ich bleibe jetzt einfach mal stehen. Innerhalb von wenigen Tagen wäre das Leben hier vorbei. Das machen die alle nicht. Die Tiere und die Pflanzen machen das auch alle nicht. Die Menschen machen das. Aber wenn du jetzt nur dieses Universum anschaust, dann sagst du dir, hey, das kann doch nicht sein, dass derjenige, der das alles erschaffen hat, die Menschen einfach so rumlaufen lässt, um Chaos anzurichten. Das kann auch nicht sein. Die Menschen richten Chaos an. Ohne jeden Zweifel. Aber irgendwann muss das Chaos, was die Menschen anrichten, ausgeglichen werden. Das sagt dir alleine, das Universum. Entweder das, was es hier gibt in dem Universum, ist so programmiert, dass kein Chaos herauskommt oder es kann Chaos herauskommen, aber es muss ausgeglichen werden. Das, was an Unrecht angerichtet wird in dieser Welt, muss irgendwann einmal in Recht ausgeglichen werden. Und wann passiert das? Wann ist dieser Moment? Das ist der Moment, wo das passiert, wenn die Sonne sich verdunkelt. Und das wissen die Menschen schon. Das haben sie in sich drin. Da steckt in ihnen diese Vorahnung, es gibt einmal einen solchen Tag. Und das ist nur eine Erinnerung. In hua illa wikrulil alamin. Das ist nur eine Erinnerung. Wikrulil alamin heißt auch, dass der Mensch die Erinnerung daran benötigt. Der Mensch vergisst so unglaublich schnell. Wir kennen das vielleicht hier in dieser Gesellschaft, wie unterschiedlich unsere Zeiten sind. Wenn wir das ganze Jahr beschäftigt sind mit unserer Arbeit, und das ist eine Notwendigkeit, da kommt man ja nicht dran vorbei. Aber dann nehmen wir uns zum Beispiel im Ramadan mal 10 Tage frei und wir sind 10 Tage nur in der Moschee. Die letzten 10 Tage am besten und die Nächte und wir lesen Koran und etc. Das ist ein Riesenunterschied. Und man merkt, dass man die ganze Zeit davor etwas vergessen hat, was jetzt wiederkommt. Wikrulil alamin heißt, diese alamin, diese armen alamin, diese Weltenbewohner, die vergessen so unglaublich schnell. Sie brauchen etwas, was sie immer wieder erinnert. Ansonsten laufen sie in alle möglichen Richtungen. Was auch heißt, wir müssen vielleicht irgendwann einmal schauen, dass wir uns unsere Zeit besser einteilen. Gerade in der heutigen Zeit und in diesem Land geht das so unglaublich schnell. Dass du reingesogen wirst in eine Welt, die notwendig ist, ohne jeden Zweifel. Aber wenn du da drin steckst und nicht regelmäßig eine Zikr bekommst, dann gehst du irgendwo hin. So ist der Mensch. Deswegen schickt Allah eine Zikr. weil das ansonsten schief geht. Inhuwa illa Quraysh, dass etwas zu euch gekommen ist und jetzt müssen wir mal schauen, ob wird das für uns das passende Angebot. Es wird allen angeboten. Für denjenigen von euch, der sich, das ist jetzt nicht so leicht zu übersetzen, der sich recht verhalten will, das passt schon. für denjenigen, der will. Derjenigen, der was will. Scher'a ist, Scher'a, das Wort für wollen, kommt tatsächlich von Shei. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Shei ist im Arabischen eine Sache, ein Ding, ein Tisch, ein Stuhl, ein Computer, das ist Shei. Etwas, was man anfassen kann. Scher'a ist deswegen wollen, aber wollen in einem sehr konkreten Sinne. Nicht einfach so, ja, ich müsste mal wieder ein bisschen was für Islam machen. Scher'a ist eine Sache, die wirklich so real vor dir ist, wie ein richtiges Ding, wie ein Teil, was man anfassen kann. So sehr bist du entschlossen. Für denjenigen ist das. Es ist nicht eine Botschaft einfach so für die Leute und ja, dann gucken Sie mal, sondern es ist jemand, der etwas will, der etwas sucht, der fest entschlossen ist. Aber was? Was will er? Ein gestaqin. Dass er sich recht verhalten will. Dass er sich recht verhalten will. Yestaqin, sich recht verhalten. Das kommt von Karma. Karma ist aufrecht stehen. Das ist aufrecht stehen. Ein Yestaqin, die sich recht verhalten wollen. Mustaqin bedeutet deswegen auch, dieser Asrat al-Mustaqin, wenn wir Dua machen in Surat al-Fatiha, ich den Asrat al-Mustaqin, leite uns den geraden Weg. Das ist nicht nur ein gerader Weg, der soeben auf der Erde ist. Sondern Asrat al-Mustaqin, das ist ein Weg, der nach oben führt. Das steht gerade, aufrecht. Das ist ein Yestaqin. Für denjenigen von euch, der sich recht verhalten will, der aufrecht stehen will. So könnte man das formulieren. Der aufrecht stehen will auch. Oder, ja, aufrecht gehen, aufrecht stehen. Das, was du suchst, ist halt, dass du gerade stehen kannst. Du suchst nicht Zuspruch von der Gesellschaft. Das ist das, worum es geht. Du suchst nicht nach einer Sache, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Du möchtest nur aufrecht stehen. Aufrecht stehen ist auch, ist eigentlich ein sehr schöner Ausdruck. Wisst ihr, wenn jemand, man sagt auch im Deutschen, dass man gerade stehen kann. Gerade stehen heißt, kannst du dann, wenn du ein reines Gewissen hast. Du weißt selber, dass du nichts Falsches gemacht hast. Selbst wenn die Leute dir das vorwerfen, aber wenn du mit dir selber im Reinen bist, du weißt, du hast ein reines Gewissen, kannst du gerade stehen. Das sagt man sogar im Deutschen. Das steckt so ein bisschen da drin. Li men sha'a min kum ay yestaqin ist jemand, der sein Leben bestreitet und er ist immer aufrecht. Nicht nur aufrichtig, aufrecht im Sinne von, er braucht sich nichts vorwerfen. Das, was richtig und falsch ist, wissen die Menschen. Das muss nicht erklärt werden, daran muss nur erinnert werden. Und derjenige, der sein Leben so verrichten möchte, dass er immer gerade stehen kann vor den Menschen. Du bist immer auf dem richtigen Weg. Du brauchst dir keine Vorwürfe machen. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Dann nimm diese Dikr, diese Erinnerung, diese Botschaft von über den sieben Himmeln. Li men sha'a min kum ay yestaqin wa ma ta sha'una illa aya sha'a Allahu Rabbul Alamin Das ist das Ende der Sura. Und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, der Herr der Weltenbewohner. Darüber kann man lange diskutieren. Ich hätte es eher so formuliert, wa ma ta sha'una. Was könnt ihr überhaupt wollen, außer das, was Allah will, der Herr der Weltenbewohner. Was könnt ihr wollen, außer das, was Allah will. Heutzutage würde dann schnell eine langweilige Diskussion ausbrechen darüber die Frage, hat der Mensch einen freien Willen? Ich tue es nicht mehr. Die Frage kommt manchmal auf, wenn man diesen Vers liest, ich mache es nicht mehr. Jeder Mensch weiß das. Kein Mensch glaubt ernsthaft, dass die Menschen keinen freien Willen haben. Niemand glaubt das. Wenn man das glauben würde, gäbe es kein Recht und Unrecht mehr. Wenn ich zu dir hingehe und klaue dir dein Portemonnaie, dann wissen wir alle, ich habe das einfach so gemacht. Keiner würde das akzeptieren oder auch nur versuchen, so zu argumentieren, hey, ich hatte keinen freien Willen. Sowas gibt es nicht. Ich fange deswegen keine Diskussion an. Aber gut, was kann das bedeuten? Was könnt ihr wollen, außer dass Allah es will? Zum einen, Allah ist, das was wir wollen, bewegt sich in dem Rahmen dessen, was Allah will. Ich habe früher mal als Lehrer gearbeitet. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt eine Stunde etwas zu tun, ich bin vor der Klasse, aber ich muss vielleicht eine andere Klasse, ich muss dahin und jemanden vertreten. Und ich sage jetzt zu meiner Klasse, hey, ihr habt jetzt eine Stunde frei, ihr könnt euch was aussuchen, ihr könnt Aufgaben machen, ihr könnt A, B, C machen oder so in einem gewissen Rahmen, aber in einer Stunde komme ich wieder. Jetzt habe ich dieser Klasse einen Rahmen gegeben, in dem sie sich bewegen können. Aber das ist alles unter meiner Autorität. Sie haben sich das nicht ausgesucht, sondern sie mussten auf mich warten als Lehrer, dass ich ihnen das okay gebe, dass sie eine Stunde sich in diesem Rahmen bewegen können. Die können auch nicht machen, was sie wollen, sondern sie können das machen, was ich ihnen vorgebe. So ist Allah mit den Menschen. Allah hat den Menschen einen freien Willen gegeben, aber in seinem Rahmen. Der Mensch, das hört ihr heute manchmal, die Leute gehen dann so durch die Gegend und sagen, ach Religion, das ist mir zu anstrengend, Botschaft und Koran und ich will mich nicht daran. Ich möchte das machen, was ich will. Ich will einfach machen, was ich will. Alles, was du machst, bewegt sich sowieso in dem Rahmen, den Allah dir gegeben hat. Es bewegt sich nicht außerhalb davon. Und die zweite Bedeutung dieser Vers in diesem Sinne, was könnt ihr wollen außer das, was Allah will, es kommt an drei Stellen im Koran vor. Und an diesen Stellen ist es immer im Zusammenhang mit dem jüngsten Tag. Es geht immer um den jüngsten Tag, auch in dieser Sura. Der Beginn ist und den jüngsten Tag und wie man sich davor rettet. Was könnt ihr wollen außer das, was Allah will? Wisst ihr, der Mensch, der bildet sich so viel ein. Das ganze Universum folgt den Gesetzen Allahs. Sonde, Mond, Sterne, Pflanzen, Tiere, alles ist programmiert. Der Mensch selber zum allergrößten Teil. Zum allergrößten Teil. Das Atmen kontrollierst du nicht, deinen Herzschlag kontrollierst du nicht, das Blut, was durch deine Adern fließt, kontrollierst du nicht. Das, was in deinem Körper passiert, von der Zelle bis zum Gehirn, das Allermeiste kontrollierst du gar nicht. Das passiert einfach so. Das sind Gesetze von Allah. Es gibt in dem Ganzen, was dich als Mensch ausmacht, einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil. Einen kleinen Teil, das ist dein freier Wille. Von all dem, was in dir passiert, ohne dass du Kontrolle darüber hast, weil Allah das so bestimmt hat. Aber es gibt so einen kleinen freien Willen, so ein bisschen, so eine kleine Ecke. Und selbst diese kleine Ecke wird dir irgendwann genommen. Selbst das kleine bisschen von all dem, was dich als Mensch ausmacht, dieses kleine bisschen freier Wille, das wird dir auch weggenommen. Das ist nur hier auf dieser Welt in den 70, 80 Jahren. Das wird dir genommen am Tag der Auferstehung. Das ist der Moment, wo der Rahmen, den Allah dir gegeben hat, so wird. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَا شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ Was könnt ihr wollen, außer das, was Allah will? Der Herr der Welt. فَأَيْنَ تَذَابُونَ Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? بَرَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَوَجَزَاءُ مُلَهُ خَيْرًا وَعَلَىٰ هُسْنِ اسْتِمْعَيْكُمْ Vielen Dank. Bis so.